Mein Kollege hat mir geschrieben, meinte so, ey Terror, du musst dir unbedingt das hier anschauen, du wirst dich totlachen und du musst dazu unbedingt den Text lesen, denn es ist ultra witzig und da habe ich gesagt, okay, klar, warum nicht, ja, ihr wisst, ich liebe witzige Sachen, ich lache gerne, ich lache gerne und das ist halt Fakt, so, lass uns mal zusammen anschauen, ich bin interessiert. Was erzählt er da? Er macht über tausend Liegestützen und über tausend Sit-Ups. Er, also er, ja. Er macht niemals über tausend Sit-Ups, der sieht aus wie ein Marshmallow, Mann. Boah, ihr könnt sagen, was ihr wollt, das ist richtig gut abgemischt. Mann, sensationell. Ich glaube, das ist ein Joke, dass der Typ über tausend Liegestütze macht und tausend Sit-Ups. Niemals, ich glaube, das hat er einfach in der Show einfach erzählt. Bullshit. Das ist so gut gemacht. Das ist wirklich gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wer das überhaupt ist. Wisst ihr, ihr könnt mir mal unten mal in die Kommentare schreiben, ich kenne diese Person nicht. Ich habe auch noch nie gesehen, wer das überhaupt ist. Sieht aus wie so ein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich gerade nicht erklären, wer das ist. Ist der Rapper oder so? Wenn er schon so ein Interview macht? Das kann man so gut im Klub spielen. Ich habe schon lange so eine gute Arbeit nicht gesehen. Das ist echt. Ich feier das. Das ist brutal gut, Mann. Also, es geht eigentlich darum, dass ihr Sport anscheinend macht. Ja, Sit-Ups Liegestütze. Über tausend. Das ist nicht One Punch, Mann. Das ist One Punch Blit. Über tausend Liegestütze. Also, eine sehr gute Arbeit. Wer kann ich dazu nicht sagen? Wir sehen uns. Tschüss.